hallo liebe lego freunde ich bin holger der austrian brick fan aus dem schönen kärnten in österreich und heute lego disney set nummer 43242 die hütte von schneewittchen und die sieben zwergen 2228 teile für 219 euro 99 erscheinungsdatum märz der erste beziehungsweise für nicht insider am vierten märz ich denke das märchen schneewittchen und die sieben zwerge dürfte so ziemlich jeder kennen wir haben also die ganzen charaktere sind alle als minifiguren dabei bin ich sehr gespannt teilweise weiß ich nicht ob neu sind also schneewittchen war glaube ich in gleicher form schon im letztjährigen disney castle drin das habe ich immer noch nicht gebaut steht immer noch da oben im regal muss ich auch mal angehen wir können das haus aufklappen ist das innenleben ist ersichtlich wie wir hier sehen können und ja ich kann kaum abwarten dass die zusammenzubauen also lasst uns anfangen die vergnügen so und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.